Hallo liebe Sportsfreunde und ein herzliches Willkommen zu Let's Play Rocket League, der Turbus wieder im Gang. Diesmal aber nicht alleine, sondern mit einem richtigen Special-Spiel, denn wir spielen heute mit anderen YouTubern gemeinsam. Zum einen wäre dabei der Anton. Hallöchen, hi. Der Benni. Was, der hat mal ja Angst, Thomas. Hallöchen, Anton, Alter. Ja, den kennt ihr wahrscheinlich von den L.A.-Reisen und so, der gute Anton. Da freue ich mich jetzt eigentlich das erste Mal beim Let's Play dabei, aber eigentlich ist es gar nicht das erste Mal. Nein, denn mir ist die Aufnahme abgeraucht und deswegen wurde das alles nicht aufgenommen bei mir, was ich gezockt habe. Bei den Jungs kann er es aber trotzdem schauen. Wahrscheinlich, guckt da einfach mal, es gibt lustige Channels. Dabei ist auch der Benni von Sleigh Massive. Genau, Hallöchen. Der Currywurst ist auch am Stissel. Hallo, hallo, hallo. Und der Dennis natürlich, der alte Sack. Hallo, guten Tag, guten Tag. Adias Heideltraut. Sitzt du wieder mit deiner Maske vorm Rechner, Alter? Ja, genau. Ich habe schon die Haftbombe ins Spiel eingebaut. Ja. Und dann ist der Leno am Start, auf jeden Fall. Den kennt er eine oder andere vielleicht aus der Z und so. Oh, der grunzt so schön. Du kannst so schön grunzen. Mach doch nochmal. Oh, und der Leno ist voll der Profi, ey. Hat man eben gemerkt. Leno ist richtig King, ey. Ist auch schon Profi vom Skill. Wir haben doch gar nichts aufgenommen. Ja, ich leider nicht. So, und dann ist der Major dabei. Der hat gerade ein Mikro gemutet. Jo, nee, nee, ich bin da. Oh, du bist da, Alter. Weil es ist alle voll geil angekündigt und der Major so. Jo, jo, Alter. Der Major, den kennt er vielleicht auch aus der Z und so. Da hat er schon ein paar Mal mitgespielt. Wir sind jetzt eine Riesentruppe. Und dann natürlich auch noch der Sergeant Rumpel. Rumpel. Sergeant Rumpel. Oh, Rumpel. Soll ich starten? Soll ich starten? Ja, Mann. Lass uns so stocken. Also, wir spielen heute altes Team mit Anton, der ist bei uns am Start, gegen die andere Bande. Ich habe den Start. Wie gesagt, eigentlich aufgenommen, aber Aufnahmen abgeraucht. Es läuft eine Suche. Wir haben einen Server gefunden. Ja, das letzte Spiel. Wir sind der absolute Favorit. Das Spiel geht los. Wir mit mir. Was sind denn die Teams, Leute? Ey, die Teams sind Classic. Blau, okay. Okay, dann sind wir orange. Nenno, Major und Klöpfel ist bei mir als Team. Gegen die Loser, sagt der Dennis. Der Ausgruf wird durchgeblasen, ab geht's. Ich bin im Tor, ich bin im Tor. Ich bin letzter Mann. Das ist gut, der Dennis ist im Tor. Wir können voll drauf, voll drauf. Anton macht gerade den Rücken. Nein, der Titsch vorbei. Nein! Das geht ja gut los. So, wenn es jetzt die nächsten drei Spiele gehen. Ja, wir kennen das ja schon. Ja, wir kennen das ja schon. Also, ey, mittlerweile die Vier von der Flanke, nicht unbedingt das beste Team. Wenn man dann gegen Profi spielt, ausgenommen halt den Dennis jetzt hier und mich natürlich auch. Boah, Anton, super. Und da war ja noch einer hinter mir. Alter, das Viererspiel ist auch echt ungewohnt, muss man einfach sagen. Es ist viel schneller. Kannst dir lange nicht so viel Zeit nehmen, irgendwie auch mal einen dieser komischen, vertitschenden Bälle zu kriegen. Ja, komm schon rüber. Ja, bei Saraz ist es immer gleich, ja. Der spielt irgendwie drei Aufnahmen total scheiße und dann sagt er, oh, meine Aufnahme hat... Ja, genau. Immer. Das haben wir immer, grundsätzlich. Super, Dennis. Er ist safe, Curry. Das war super. Das war elegans. Ja, sicher, der Ball. Immer hat das geschlabbert. Alter, wie der den in der Luft weiterholt, der Lendo. Das ist eine Unverschämtheit. Hab ich, hab ich. Sehr gut, Antonio. Ja, aber der Lendo muss man auch sagen, der hat auch die größte Nase von uns allen. Auch im Spiel. Der kriegt jeden Ball. Und den größten Ausdruck. Oh, jetzt. Spiele, Benni. Paff. Nein. Nein. Das kann er gut machen. Schönes Ding. Schönes Ding. War aber gut. Genauso ist richtig. Ich gehe nach vorne jetzt. Macht einer zwei Hände. Ich bin gerade so schön im Rush hier. Alter, Anton kommt. Alter, war fachkackt. Na, das war... Anton, das war mal nix. Halt die Fresse. Halt die Fresse, kommt von den ganzen Finnen. Jo, knall in die Bande. Zeit, wann krieg ich mal nur fünf Punkte, wenn man einen Pfeilrückzieher macht? Es gab da früher noch mehr gegeben. Say Massive, Benni. Das war ein... Sonst gab es immer fünf. Ja. Ja, also irgendwie krieg ich weniger Punkte. Jo, jetzt komm da. Lendo passt noch mal Bandle. Lendo passt noch mal Bandle. Nein. Ich bin nirgös. Boah, man, no Dio, ey. Du gekünstelt. Ich hab Power, ich hab Power. So wird das nix. Ich habe Power. Na, da ist der stehen geblieben. Schön wäre, wenn das nie was würde. Ich würde bei denen, ey. Tits gut. Wow, Alter. Oh, rückwärtsgang. Nein. Wer hat mich da abgedrängt. Ah, nein. Ich hab mich hier. Der wischt leider. Bleib jetzt einfach im Mittelfeld. Kommt, Jungs. Der ist gut. Wir machen den Deckel drauf. Dennis kommt einfach von hinten irgendwo angeknallt. Jo, Lutz. Jetzt ist ein Bulli da. Köln. Keiße, Mann. Krankenwagen, sagt der Welcher. Man wird hier aber auch nur weggecheckt hier. Kann man gar nicht hoch. Ja, ja, Major. Nein. Oh, schade. Das ist ein knappes Ding. Sauber, ey. Sauber. Okay, jetzt aber. Komm. Mach Platz hier. Bin in der Mitte. Der kommt in die Mitte. Na, der Curry. Der ist auch sau stark. Der kommt nicht. Curry und Lenno hier die Profis, kann man so sagen. Im Doppel haben wir schon einiges. Ja. Ja, der war schön. Der war feiner rein. Oh. Befreiungsschlag. Der Ball kommt wie ein Kometen. Ja. Oh nein. Nein. Ja, Mann. Ey, das kann doch nicht rein sein. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab den so geil darüber geschüttet. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's nicht. Ja, ich geb mein Bestes, aber gibt alles keine Punkte, was ich gerade für tolle Aktionen gemacht hab. Oh. Alter, wie ich weggebounced wurde. Du hast mich weggekickt. Du hattest keinen Augen. Du hast keinen Augen. Jungs, komm, 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 komm. Lenno, sagen wir nicht. Anton, schön, schön. Nein. Brauchtig. Kick mich doch nicht ins Tor, Mann. Natürlich. Hast du, Lenno, hast du. Alles ins Tor. Ja, ja, der geht in die Mitte. Kommt, holt ihn euch. Nein. Kommt, heim. Oh. Richtig knapp, ey. Spannendes Match. Oh, scheiße. Zurück, 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 zurück. Super. Das kann nicht sein. Tor ist frei. Wer ist im Tor? Wer ist im Tor? Keiner. Fetty macht's. Jetzt, Curry. Ja. Eigener Mann, eigener Mann. Was heißt hier Glück eigentlich? Frechheit. Frechheit. Nixer. Das war ein Befreiungsschlag. Ganz eindeutig. Yeah. Unterm Arsch weggesät. Komm. Nein, nur wegen deinem Auto. Komm, als Team. Scheiß drauf. Lass es uns schaffen. Lass es uns schaffen. Scheiß drauf. Immer wenn ich denke. Immer wenn ich denke. Besten Motivationsspeech ever. Ah. Ich kriege eine Auslastung. Jawohl. Nein. Nein. Oh mein Gott. Von uns so ein Profi. Alter. Guck mal hier. Super. Avenger. Und dann ich da. Mein Mann. Du weißt du dir halt echt. Ey, wäre geil, wenn man so ein Arm aus dem Fenster machen könnte. Ohne Scheiß. Ja, ey. Ich habe echt gekämpft, ey. Schade. Ich bin hinten, Mann. Ich bin hier. Ich bin... Meine Fähigkeiten reichen einfach noch nicht aus in Rocket League, ey. Du bist nicht gegen das Team. Ne, das Team ist echt stark. Also Leno und Curry sind halt auch Profis. Man merkt, immer wo man dann noch bei diesen drei Spielen den Ball gekriegt hat, um schön den ins Tor zu setten, ist er hier schon längst wieder weg. Ey, Walle, das ist halt einfach so. Leno und Curry, das sind zwei junge Leute, die haben nichts zu tun. Die haben zum Tag nur auf den Rechtsatz zocken, ey. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ja, ich spiele ja eigentlich nur, wenn ich aufnehme. Es sei denn, die Aufnahme raucht ab. Nix, Leno. Ich kicke den jetzt weg hier. Mach jetzt Guerilla-Fight, ey. Elf. Warte, warte. Nein! Komm, komm, komm. Alter, ich krieg nix hin. Ich krieg einfach gar nix hin. Das ist der Sieg, das ist der Sieg. Eieieiei. Schade. Ja, ey, Anton, hast gut gespielt, muss ich sagen. Ich war wieder, hab mit fünf Punkten für meinen geilen Pfeilrückzieher rausgeholt, ja. Geil, Mann. Das ist ja für eine Revanche, oder? Ja, natürlich. Eine Revanche muss sein. Auf jeden Fall, ey. Okay, dann sind wir jetzt Team Orange. Diesmal machen wir euch fertig. Nicht so wie in den zehn anderen Spielen vorher. Aber ich fand, jetzt war es schon sehr, also wir sind Orange-Jungs. Jo. Ich fand, jetzt war es schon ein bisschen, äh... Oh nein, ich bin auf Orange gegangen. Oh, jetzt bin ich fertig gewintern. Das tut mir leid. Ey, du kannst doch, ich kann mich switchen. Okay, dann bin ich bei Blau. Ja, dann ist der Manager bei Blau. Ich kann den wechseln, ich kann den wechseln. Ich kann den wechseln, Mann. Start und den wechseln. Aber auf das Menü wieder gehen. Okay, alles klar. Alles klar. Hey, wer ist denn Ratscher, Mann? Hörst du einen Ratscher, Alter? Das ist jetzt ein MBC. So, ich bin, ich bin, ich bin das. Ich bin Ratscher. Seit wann bist du Ratscher? Duri sind alle... Nein, ich war, ich war auch auf Team Slacks und ich hab mich voll gewundert. Ich bringe euch Chicken Curry. Der hat das mit dem Curry ernst genommen, ja. Plötzlich wird das hier im Bollywood-Streifen, ey. Oh, das gibt's nicht. Okay, Duri. Au. Geh du mal drauf da. Man kann sich nicht mehr unter diese Bälle stellen. Es ist einfach... Was? So, da fliegt er in die richtige Richtung. Ganz kurz mal. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er ist da heiß. Oh Gott. Herzstillstand total. Oh mein Gott. Mit dem Rückwärtsgang. Oh, oh. Ratscher. Super. Oh, zu hoch. Oh, Saratans. YOLO. Nein. Nein. Zerstört. Benni, du Arschkopf. Jawoll. Komm, komm, komm. Gott sei Dank. Ich hab mich kaputt gemacht. Okay, bleib im Tor. Was sagst du, Leno? Alles gut. Mal den Torwart heute. Schön, Leno. Scheiße, war kacke. Nein. Boah, fuck. Ich bin im Tor, ich bin im Tor. Rumpel kommt, Rumpel kommt. Bitte was? Anton hinter Leno, pass auf. Das ist ein Gerücht. Was titscht da rum? Es geht einfach gar nix. Schöne Jungs. Oh Gott. Schön, schön, Leute, ja. Sauber. Nein. Oh, oh, jetzt kommt der Konzer. Ja, ich bleib drin. Jetzt noch mal einmal. Versuch, Curry. Get going. Nein. Ja, ich hätte da jetzt rangehen können, aber das wäre die Gefahr gewesen. Okay, wir haben keinen Keeper, ich gehe nach hinten. Er ist noch safe. Oh, oh. Alter. Ja, ich bin auch ultra schlecht als Torwart. Jungs. Oh, schön. Oh, jetzt ist volle Pulle. Leno, komm. Boah, das leckt hier. Oh, ich bin hinten. Ja, das leckt. Ich kann nichts machen. Nein. Nein. Unterlatte. Oh, verdammt. Unterlatte, Oberkeeper. Ja, Mann. Wir haben keinen Keeper, Jungs. Ich bin da, ich bin da. Vorbei. Ja. Jawoll. Alter. Sehr gut, Anton. Das war das erste Mal. Gewinnt mir beiden. Guck mal, wie ich den Balle mitgenommen habe. Wie habe ich das denn geschafft? Guck mal, schön. Boah, der Anton. Ich bin da so. Alter. Komm, Jungs. Hat der mich noch in der Luft zerstört, Mann. Wirst du Lust? Danke. So halten jetzt. Ich will nicht haben, ihr ins Tor. Tobi spielt eure Trucks in Warte 2. Okay, ich gehe wieder ins Tor. Ich gehe wieder ins Tor. Oh, oh. Ich mache auch. Ich mache auch mit hinten. Komm, wir bleiben mal bei der hinten, Benni. Können wir vielleicht was rauskontern. Meinst du, das bringt was? Ja, wir sind 1-0 in Führung. In dem Fall. Machen da hinten alles zu? Nein. Nein. Wir waren 1-0 in Führung. Der titscht mir auch noch auf die Motorhaube, das Ding. Ich probiere es wegzuh... Ich war auch noch dran. Super, Jungs. Nein. Nein. Wir haben den beide reingepresst, Benni. Geile Nummer. Gehen die... Dann ist Korn gewesen. Noch 2 Minuten 30, ist nicht gut. Ja, alles offen. Alles drin in diesem Match. So, ich gehe mal wieder nach vorne. Ich kriege da nichts auf die Kette. Hau ihn ja runter. Alles gut. Ja, ist rumgedreht. Das reicht. Schön, Anton. Ich fahr, ich fahr. Bist du, Leno? Ja, ja. Alles klar. Boah. Oh, da war es aber auch gerade laggy. Alles klar, komm, 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 los, los. Ready, ready. Ja, nein. Oh, Fallrückzieher. Ist das Tor leer? Ist das Tor leer? Kein Torwart. Der ist gut, Melchard. Der kannste ganz... Nein, nein. Gönnt euch. Boah. Oh, das war knapp. Oh. Nein. Nein. Der Glück hat es fast startet. Alter, weggecheckt, Mann. Leck, leck, leck. Sehr schön. Oh, Mann. Oh, Mann. Nein. Oh, Mann. Ich habe abgestaust. Zu schnell. Shit. Tuck mal, ey. Das ist auch voll ungewollt, ey. Pass auf jetzt. Guck mal, ich... Guck mal, wie der den noch reinschiebt. Der wäre nämlich gar nicht reingegangen. Super. Geil. Zweifel. Der wäre auch so reingegangen, glaube ich. Ich glaube, der wäre ein Pfosten. Ich stehe hier hinten. Schade. Oh, oh. So kann man gut das Spiel beobachten. Das ist quasi die Spielkamera hier. Aber jetzt müssen wir wieder... Aber ich müsste natürlich eigentlich auch nach vorne, weil ich bin hier hinten zu nichts zu gebrauchen. Oh, sorry. Aber es ist noch zu früh, um alles zu geben, um auf den Torwart zu verzichten, obwohl ich ja fast... auch kein guter Torwart bin. Oh, oh, der kommt weg. Ja, 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 ja. Da, da, da rein. Ja, Nachschutz. Nein. Oh, mein Mann. Ja, die Jungs sind einfach zu gut. Konter. Der Wall ist da. Ja. Alter, checken die mich ja alle weg, die eigenen Leute. Geil. Jawoll. Komm, komm, komm. Super. Nein, da habe ich es verpasst. Voll dumm. Nein. Ich gehe mal nach vorne, Power. Anton, kommt. Sarazza ist auch dabei. Ist in der Mitte. Hau ihn rein, Benni. Nein. Oh, mein Gott. Der war so schön. Der wäre reingegangen. Klai, hier rein. Ich bin nicht wichtig. Gut, Rumpel. Bin wieder am Tor. Jetzt. Nein. Nein. Ja. Nein. Geil. Boah, jetzt wird es spannend, Leute. Ich war da so dran. Guck mal, jetzt. Guck mal. Oh, du hast so leid. Danke, Dennis. Dennis hat dafür gesorgt. Ich bin hinten. Dennis, Dennis. Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Keiner ist gefahren. Jetzt Konzentration, Freunde. Wirst du gewinnen? Ja, wir schaffen das, komm. Never, Alter. Benni, geh ruhig. Jetzt habt ihr zwei Keeper übrigens, Leute. Ich fahr, ich fahr, Benni. Oh, kommt, Jungs. Na, Verlängerung. Sieht nach Verlängerung aus. Sag mal, hast du wieder eine verzögerte Laufbahn, Benni? So vom TS? Weiß ich nicht. Nachspielzeit. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Da darf keiner reingehen jetzt. Ich hab mir zuhause. Okay, das ist klar.